Herzlich willkommen bei einem neuen Video von www.samuraischwerter.kaufen Normalerweise geht es bei unserem Kanal ja vor allen Dingen um Samuraischwerter, aber YouTube hat mir in letzter Zeit viele Videos über ein cooles Computergame vorgeschlagen. Deswegen tausche ich heute mein Schwert gegen eine Maus und wir schauen uns zusammen das Videogame Katana Zero an. Wir starten mit dem offiziellen Trailer zum Game. Danach zocke ich das Game kurz an, damit ihr einen Eindruck bekommt davon und zum Abschluss werde ich euch meine persönliche Einschätzung zu dem Spiel mitteilen. Also los geht's mit dem Trailer. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Um das Game zu spielen, muss man es natürlich erstmal kaufen und das macht man über die Plattform Steam. Steam werden ja die meisten kennen, ich denke dazu muss man nicht viel sagen. Steam ist einfach eine Plattform, über die man viele Computergames kaufen kann. Über die Suche findet man dort Katana Zero. Man sieht hier, der Preis liegt bei etwas über 12 Euro. Okay, hier läuft dann auch nochmal direkt der Trailer. Ich möchte es direkt kaufen, genau. Ja, für mich selbst natürlich. Okay, hier müssen jetzt die Kreditkartendaten hinterlegt werden, deswegen werde ich die Aufnahmen kurz unterbrechen. Ich kaufe das Spiel jetzt einfach, noch kurz die Daten eingeben, dann auf Kaufen klicken. So, hier kann ich jetzt meinen Kaufbeleg einsehen. Und das Spiel finde ich ab dann in meiner Bibliothek. Natürlich muss ich es erstmal herunterladen und auf meinem Computer installieren. Das müssen wir uns ja nicht unbedingt zusammen angucken, deswegen melde ich mich gleich wieder. So, das Game ist jetzt auf dem Desktop verlinkt. Okay, ich schaue erstmal, ich habe ja in dem Trailer gesehen, dass das Spiel ab 18 eigentlich ist und es kamen auch schon relativ viele Szenen mit Blut vor. Deswegen werde ich die Einstellung jetzt erstmal so wählen, dass nicht zu viel Gewalt drin vorkommt. Über das Spielmenü habe ich es nicht gefunden, dann vielleicht hier bei der Grafik, dann schauen wir mal. Blumeffekte, Rückspuleffekte, ah Blutspritzen, da ist es ja. Dann schalte ich das jetzt mal aus. Und dann kann es losgehen. Es geht mitten in der Story los. Ich starte damit eine Kugel mit dem Schwert abzuwehren, das ist natürlich schon mal ein guter Einstieg. Das erste Level scheint so eine Art Tutorial Level zu sein. Was mich auf jeden Fall schon mal flecht, ist diese Oldschool-Grafik. Erinnert mich persönlich an Monkey Island für die, die es noch kennen. Das erste Level schon mal erfolgreich absolviert. Ah cool, das Logo wird zerschnitten, so ein bisschen wie bei unserem Firmen-Logo. Also los geht es dann mit Stage 1. Man sieht hier schon die ersten Gegner. Die reagieren nicht. Bäm, durch die Tür. Was ist hier noch? Leertaste. Ja okay, die Katze noch schnell gestreichelt. Ich denke, damit ist die erste Stage vorbei. Und guck. Ja, das scheint eine Wiederholung zu sein, die müssen wir uns ja nicht zusammen angucken. Alles klar, dann die zweite Stage. Hm, also das scheint so eine Art Laser zu sein, was wohl nicht ganz gesund ist. Hier kann ich jetzt einen neuen Move machen. Ja. So halt nicht, ne? Also Neustart. So, jetzt noch den und jetzt noch die letzten. Gut, scheint sie jetzt auch nicht gewesen zu sein. Also. Dann benutze ich lieber den Himmel. Das war etwas schwierig, aber wir haben es geschafft. Die Wand hochspringen. Der Ventilator. Hier kann ich jetzt Shift drücken. Mit Shift gibt es anscheinend so eine Art Verzögerung. Das wäre auch geschafft. Das Ziel der Mission ist übrigens, den Doktor zu befreien. Ich denke mal, das ist der Kollege hier. Das ist der Kollege hier. Ja. Das ist der Kollege hier. Hier kann man Gespräche mit den Charakteren führen. Erinnert mich alles so ein bisschen an diese ganzen Oldschool-Games. Falls ihr die noch kennt. Noch aus den guten alten Zeiten, als Spiele noch auf diesen Disketten waren, wo dann immer nur 1,4 Megabyte Speicherplatz vorhanden waren. Die Szene musste ich kurz rausschneiden aus Jugendschutzgründen. Wobei stehen geblieben, ja, Disketten früher, ne? Dann hat man dann so ein Spiel auf fünf Disketten immer gehabt. Und dann wurde erst mal installiert. Eine Diskette nach der anderen. Also wenn euch irgendjemand erzählt, dass früher alles besser war, auf Disketten trifft das auf jeden Fall nicht zu. Da lobe ich mir noch die heutigen Speichermedien. Wiederholung überspringen. Jetzt ist der Tag anscheinend vorbei. Und hier sind wir jetzt in unserer Wohnung. Kräutertee trinken. Ja, kann ja nie schaden. Was kann ich hier noch so machen in der Wohnung? Nebenan übrigens voll die Party. Fernseher einschalten. Nee. Ich will ja nicht in dem Videospiel noch Fernseher gucken. Sonst kann man hier aber leider nichts machen in der Wohnung. Gut, dann schalte ich den Fernseher halt doch mal an. Fernseher direkt Nachrichten. Zwölf Menschen. Ja, dann gehe ich doch mal schlafen. Das scheint jetzt eine Traumsequenz zu sein, aber ich kann hier immer noch zocken. Bewegen kann ich mich nicht, aber ich kann den Ball hin und her werfen. Was ist das? Okay. Gut, also ich bin aufgewacht. Ein neuer Tag. Mal schauen, was der bringt. Bitte kommen Sie rein und setzen Sie sich. Alles klar. Passiert hier noch was? Okay, ich muss selbst laufen. Verstehe. Okay. Ja, auch hier wieder die Gespräche, die man aus so Oldschool-Games halt kennt. Also anscheinend bekommt unser Hauptcharakter Medikamente und das hier ist sein Arzt. Bis jetzt hat er noch keine Freunde von dem gesehen. Genug geredet. Der Kollege hier sieht aus, als würde der dringend Medizin brauchen. Also her damit. Ich hole hier ihre Akte. Die Akte ist eine Spritze oder was? Das sieht ja schon mal gut aus. Niemals. Also jetzt muss ich anscheinend wieder selbst laufen. Und zur Tür. Jetzt sind wir bei der nächsten Stage. Beim Mörderhotel. Ich bin jetzt hier eigentlich nur vorbei. Mal schauen, wie das relativ schnell zu lösen geht. Sie sind paranoid, die einzige richtige Antwort auf diese Frage. Na, dann versuchen wir es halt mit einer anderen Antwort. Das wäre schon mal geschafft. Also weiter zur nächsten Stage. So, der Aufzug kommt runter. Mal schauen, wer da drin ist. Der Drache, das ist anscheinend dann der Hauptcharakter. Und jetzt ist Alarm und ich kann zur nächsten Stage. Das kennen wir ja so langsam. Ist hier noch eine Muschi zum Kraulen. Nee, keine Katze da. Also auch weiter zur nächsten Stage. Ah, hier ist jetzt eine neue Art von Gegner. Was hat der in der Hand? Das sieht man nicht so richtig. Hm. Ich versuche mal einen alten Schwertkämpfer-Trick. Ausweichen. Ja, hat geklappt. Ja, okay, ich denke, das reicht. So, ich denke, man hat jetzt einen Eindruck über das Spiel bekommen. Dann schauen wir uns an, wie ich das Spiel bewerte. Das Spiel hat nicht unbedingt das Ziel, realitätsnah zu sein. Man spielt einen fiktiven Charakter in einer fiktiven Welt. Die Moves und so weiter, die man mit seinem Schwert machen kann, sind alle nicht so ganz, wie die in der Realität wären. Deshalb kann ich in diesem Punkt leider nur zwei von fünf Punkte vergeben. Die Story ist sehr kreativ, mit vielen interessanten Details. Und die Spieleentwickler haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Dafür gibt es von mir fünf von fünf möglichen Punkten. Der Spielspaß kommt auf jeden Fall nicht zu knapp bei dem Spiel. Im Endeffekt ist es natürlich ein 2D Jump and Run und die einzelnen Situationen wiederholen sich ständig in dem Spiel. Insgesamt würde ich das Game also so beurteilen. Für den günstigen Preis, für den man das Game bekommt, ist es auf jeden Fall die Investition wert. Okay, so viel zu Katana Zero. In unseren nächsten Videos geht es auf jeden Fall wieder um Samurai-Schwerter. Also dann, bis bald. Mal und den Mal und den